Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich solche Dosenöffner hier richtig benutzen kannst, damit die Konservendosen bei dir zu Hause einfach aufgehen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier jetzt mal die zwei häufigsten Modelle, welche einfach unterschiedliche Funktionen haben und anhand von diesen zeige ich es dir einmal. Das erste Modell ist schon etwas älter und wir haben hier mal ein Schneiderrad, was im Inneren von diesem Rand angesetzt wird und somit die Dose auch hier innen drin aufschneidet. Mir ist bewusst, dass hier eine Lasche ist zum Aufmachen, doch zum Zeigen geht es mit dieser Dose genauso. Hierfür jetzt also mal den Dosenöffner öffnen und dann schauen, dass dieses Schneiderrad am Inneren von dem Rand angesetzt wird, also etwas schief halten und dann können wir einmal unseren Griff so zusammendrücken, bis das Schneiderrad auch schon in die Dose hineingegangen ist. Nun den Knauf hier hinten so lange drehen, ich mache das immer recht gerne im Uhrzeigersinn, bis die Dose wirklich komplett offen ist. Man kann es auch gegen den Uhrzeigersinn machen, doch ich finde so hat man einfach mehr Kraft. Wenn du dann einmal um den Deckel rum bist, wirst du sehen, dass dieser hier genau hineinfällt und außen sind sehr scharfe Kanten, was natürlich nicht so schön ist. Deswegen zeige ich dir jetzt einmal Modell 2 noch. Dieses Modell hat jetzt den Vorteil, dass die Dose nicht innen drin aufgeschnitten wird, sondern von außen und dadurch entsteht auch kein scharfer Rand und dein Deckel wird nicht sofort bei mir jetzt zum Beispiel in die Kokosnussmilch hineinfallen. Von der Funktion her ist dieser Dosenöffner übrigens relativ ähnlich. Wir haben hier unser Schneidrad, da befindet sich dieses Zahnrädchen, was sich mitdreht, wenn wir hier hinten einmal den Knauf drehen und wir können den Dosenöffner auch wieder ganz normal auf und zu machen. Der einzig große Unterschied ist, dass der Schneidrad dieses Mal nicht von innen an die Dose angesetzt wird, sondern von außen. Ich mache den Büchsenöffner also zuerst einmal wieder auf, wie zuvor auch. Dann schaue ich, dass der Schneidrad wirklich von außen ansetzt. Ich drücke es wirklich relativ fest, auch gegen die Dose und dann den Griff wieder schließen. Wenn das geschehen ist, können wir nochmal kurz kontrollieren. Ich kann am Griff jetzt die ganze Dose mit hochheben und somit sitzt mein Dosenöffner auch richtig an der Dose dort. Jetzt einmal hier oben am Griff wieder so lange drehen, bis wir einmal komplett um die Dose rum sind. Die Richtung sollte ebenfalls wieder relativ egal sein. Sobald ich also einmal drumherum bin, das spürt man relativ gut, bei mir löst sich der Deckel auch schon, einfach den Dosenöffner wieder öffnen, abnehmen und den Deckel hier schön davon entfernen. Vorteil ist jetzt wirklich, ich kann mich hier nicht mehr schneiden, wie bei den alten Modellen immer das der Fall war. Und der Deckel fällt jetzt nicht direkt in meine Kokosnussmilch hinein. Und somit kann ich nämlich diesen Deckel auch wieder zum Verschließen hernehmen. Also dieses Teil ist wirklich klasse. Wenn du beim Kochen jetzt einfach nicht die Zeit hast, dass du zum Beispiel immer an diesem Dosenöffnergriff hier oben drehst, dann gibt es noch einen sogenannten elektrischen Dosenöffner, welcher ähnlich funktioniert. Hier ist wieder das Schneidrad, hier das Zahnrad. Das Schneidrad wird außen angesetzt, deswegen wieder keine scharfe Kante entsteht. Doch es geht halt einfach alles automatisch. Ich setze den Öffner also von oben an, schaue, dass mein Schneidrad etwas gegen die Dose drückt und dann einfach hier oben drauf drücken und schon geht es automatisch. Wir sind jetzt einmal rum, jetzt drücke ich einfach mal hier oben auf den Knopf drauf, dann hört er nämlich auf und wir schauen uns einmal das Ergebnis an. Und du kannst sehen, es funktioniert genauso gut wie der manuelle Dosenöffner. Natürlich auch hier wieder keine scharfen Kanten, ich kann überall hinlangen und mein Deckel kann ich auch wieder schön zum Verschließen hierher nehmen. Solche hochwertigen Dosenöffner hier sollten meiner Meinung nach in keinem organisierten Haushalt fehlen, denn diese Teile sind wirklich Gold wert. Wenn du dir jetzt also so einen normalen Dosenöffner oder sogar einen elektrischen hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.